Jetzt habt ihr den Text richtig toll geübt und jetzt verbinden wir ihn mit der Melodie. Ihr werdet gleich merken, das ist gar nicht schwer, es sind nicht so viele Töne, die sich abwechseln. Wir fangen mit dem langsamen Übentempo an. Du kannst gleich mitmachen. Bisschen schneller. Und huckse, kluckse, wuli, bunkse, hani, tak, wani, tak, huckse, kluckse, wuli, bunkse, hani, wani, tak, 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 tak. Jetzt kannst du die Bodypurgation gleich mitmachen, wenn du willst. Und huckse, kluckse, wuli, bunkse, hani, tak, wani, tak, 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 huckse, kluckse, wuli, bunkse, hani, wani, tak, 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 tak. Hey, und jetzt habt ihr das gerade so super gemacht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr die Bodypurgation gleich mit den Kindern im Video zusammen üben, da seht ihr die ja. Oder, wenn ihr es besser mit Bildern lernt, schaut ihr einfach im Downloadbereich vorbei. Also, wenn ihr es besser mit Bildern lernt, schaut ihr einfach mit Bildern lernt.